Hey du! Herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany! Viel Spaß beim Zuschauen und guck bis zum Ende für eine kleine Überraschung! Viel Spaß! Ja Pech, ihr kriegt mich nicht! Ja, ein Schluck Wasser kann man... Ich wollte mit dem Deckel draus trinken! Irgendwie hast du das Gefühl, du hast was vergessen! Du hast was Wichtiges vergessen! Bis ich dann in die Garage gegangen bin und festgestellt habe, ich habe mein Auto vergessen! Ich habe einfach mein Auto vergessen und bin zu Fuß nach Hause gegangen! Ich werde... Ich bin eigentlich komplett nass, Leute! Ich bin eigentlich komplett nass! Ich werde komplett... Oh, er leckt mein Eyeliner ab! Er leckt mein Eyeliner ab! Er leckt mein Eyeliner ab! Ich werde... Ich werde... Chunk! Oh Gott! Why you do this! Kürzer Reload heißt einfach mehr DPS! Oh! Moment mal! Okay, was nehmen wir jetzt, Chat? Oh, das ist nicht bei mir! Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich dachte, das wäre jetzt meine Meldung! Ich finde Puppen halt, wenn sie mir nicht ins Gesicht springen, nicht gruselig! Also, sie sehen schon creepy aus, aber ich habe jetzt nicht so, sage ich mal, krasser Angst! Okay, ich nehme es zurück! Wir haben hier noch einen Renner... Ren... 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 Regen... 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 Ne... Ne... Aktion... Strank! Stufe 2! Bye! Los, Oli! Du musst das jetzt genießen! Ahhhh! Oh, oh! Sorry, ich habe aus Versehen weggeschaltet! Haha! Oh Gott! Oh Gott! Ich sterbe! Happy Birthday! Oh Gott! Ich sterbe ein bisschen! Dankeschön! Dankeschön! Happy Birthday! Oh Gott! Was ist das? Happy Birthday! Jaaah! Was ist das jetzt für ein Netz? Unten in der Höhle! Wir haben eine neue Sprache! Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Der Wurm braucht noch einen Ast mit einem Beutel hinten dran! Okay, warte! Ich wollte gerade ranzoomen! Ich wollte gerade ranzoomen! Oh Mann ey! Wir können auch zusammen spielen! Wir können auch zusammen spielen! Echt? Guck mal! Billy übernimmt kurz! Aber nicht essen! Nicht mein Mikro essen! Das ist nicht gut! Ich brauche das noch! Billy! Nooo! Nooo! Oh! Hast du es jetzt? Und hier mit diesem Bild möchte ich gerne die Heiligen 4 beenden! Ein Bild von unter meinem Schreibtisch! Von einer Ecke unter meinem Schreibtisch! Um ehrlich zu sein! Hallöchen! Es sah schon mal schlimmer aus, wenn ich ehrlich bin! Also ich muss sagen, das war schon mal... Das war schon mal schlimmer! Was ist das in der Schale? Achso! Das war mal Rahmen! Das war mal... Rahmen mit Mais! Kram gemacht! Nein, die ist nicht verkehrt herum! Für mich ist sie richtig rum! Für euch ist sie falsch rum! Das habe ich nur gemacht, um euch zu zeigen! Ich sehe Trees of green! Red Roses, too! Ich sehe sie in blue! Für mich und dich! Und ich singe zu mir selbst! What a wonderful world! Das ist jetzt geht's los! Meine Frist! Das hat jetzt aber lang gedauert! So, wartet kurz! Ich muss noch mal kurz raus-tabben! So! Das ist sehr laut! For best results! Turn off the lights and put on headphones! Haben wir beides gemacht! Der ist schon leer! Ich wollte ihn auffangen! Nein, ich steh nicht auf Kurt! Das ist wirklich sehr gut! Oh, Katze! Oh, Katze! Oh, Katze! Katze-Kotze! Katze-Kotze! Ich rede nicht über rechtliche Angelegenheiten. Smash. Spaghetti auf Nudeln ist echt nicht lecker. Spaghetti auf Nudeln? Das habe ich einmal, nee, zweimal gegessen. Spaghetti auf Nudeln? Spaghetti auf Pizza. Okay, aber den Dreh habe ich ja echt gut raus jetzt, ne? Halt's Maul. Halt einfach's Maul. Das ist halt einfach. Das ist so frech von 5G. Hör auf da an, da zwei sind nicht drüber lustig. Das ist einfach. Wahrscheinlich kannst du nicht losfahren, weil die Reifen halt auch... Ist er umgekippt? Ist er umgekippt? Oh Mann, ey. Er ist wirklich umgekippt! Trotzdem die ganze verfickte Nacht... Zum Kotzen. Warum kannst du dieses Geräusch so gut? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich gerade in meinem Zimmer umgekuckt. Ziemlich genau. Das war echt heftig. Warte, ich kann auch so ein Mikro vorbeifliegen dabei. Warte, ich kann auch so ein Mikro vorbeifliegen dabei. Ich möchte mir auf die Ohrmuschel hauen. Oh, look at my lightning! Oh, look at it! Look at my cat butt! Ich habe das Boot festgehalten, wo die Bombe da war. Wie schafft man... Dalu? Ich hoffe, du bist auch gestorben dafür. Warum? Ich habe nur dich geschlagen. Nein, 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 nein. Macht jemand, Carlo, bitte weg! Ich halte mich. Nein, es ist Huskili. Alter. Halt dich doch fest! Halt dich doch fest! Halt dich doch fest! Alter! Ey, Dalu? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, was ist dein Lieblingstier? Hund. Eine bestimmte Art von Hund? Äh, also ich mag, äh, Möpse. Das ist einfach falsch, aber ich finde Möpse, aber ich finde, ja, ne, Möpse finde ich total toll. Perfekt. Das ist doch gut, oder, Chat? Oh. Du bist hier raus! Ich bin zwischen den Welten gefangen! Freunde! Ja! Oh! Oh, die sehen alle so alt aus. Ich weiß nicht, sind die jetzt so alt, echt? Ich guck mal hier rein, ob die auch so aussehen. Alte Stokollade für alte... Ja, also... Wir gehen rüber. Ton war gerade weg, als der Kopf im Kühlschrank war. Was? Test, test. Test, hallo, wenn ich in den Kühlschrank gehe, ist der Ton weg? Hallo? Der Ton ist weg, wenn ich im Kühlschrank bin? Hä? Ne, wie gibt's... Ich klapp ganz gut fürs erste Mal. Das hab ich grad nicht gesagt, oder? Da steht neben mir ein Audi. Pass auf, der fällt jetzt rechts an mir vorbei und zieht links rüber. Pass auf. Tada! Hä? Ihr kennt doch mal den... Und klar wieder rechts rüber. Ja, das einliegt ja gut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Chat, das kann losgehen. Ihr alle liebt ja richtig Merch, ne? Ihr seid ja wirklich richtige Merch-Liebhaber, ne? Ja? Seid ihr das? Ja? Uah! Okay, da muss ich euch sagen, ähm... Mein Merch-Shop schließt. Weißt du denn, was ich sagen wollte? Fängt es mit R an? Ja. Und hört es mit T auf? Ja. Nein, 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 nein. Woher wusstest du, dass ich mit dir über Rattengift sprechen möchte? Boah, du hast aber schnell ein Wort gefunden, das mit R anfängt und mit T aufhört. Ja, aber ich bin sehr spontan und schnell, musst du wissen, das ist meine geheime Superkraft. Okay, das schaffst du nicht zweimal. Okay, sag Wort. Okay, ein Wort, das mit B anfängt und mit S aufhört. Bus. Sorry. Okay, warte, ein letztes Mal. Wie einfach wolltest du es denn bitte machen? Alles in der Welt guckt sich das... Da, das ist eine Pfeffermühle und die ist auch noch zu klein, Chat. Die Pfeffermühle muss so groß sein, du musst... Mein Gürtel ist offen. Okay, holt mal Bier. Ich bin sofort wieder da. Eine Pfeffermühle muss so groß sein, okay? So groß muss eine Pfeffermühle sein. Sagt ihm das. Sagt ihm das. Jetzt für ein, für alle Mal, okay? Gut zu wissen, habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass es jetzt ein Twitchclips Germany TV Kanal gibt, also wo halt alte Folgen 24-7 durchlaufen. Das klingt jetzt für mich persönlich nach einer modernen Foltermethode. So, ich kann mir bildlich vorstellen, wie jemand mit Gaffer-Tape an einem Stuhl festgemacht wird und gezwungen wird, 24 Stunden am Stück TCG zu gucken. Meint ihr das so was, das ist so eine Foltermethode, so in Guantanamo Bay? Da werden dann so Terroristen gefangen genommen und dann sind die in so einem Raum und in dem Raum ist nur so ein alter Röhrenfernseher und die werden dann so in einen Stuhl geschnallt und dann kriegen die so Zahnstocher in die Augenlider, damit die gucken müssen und dann kriegen die diesen Channel und müssen die ganze Zeit Clips gucken. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin so dankbar. Ich sage euch immer, ich weiß gar nicht, was ihr von mir möchtet. Ich weiß gar nicht, warum ihr hier... Nein, nicht in meine Currywurst! Ach Gott! Mann! Adi-Tata! Du darfst nicht sprinten! Du darfst nicht sprinten! Hä, wieso? Ich sprint aber! Warum darf ich nicht sprinten? Ich sprint gerade! Ich darf nicht springen! Ich springe aber! Und? Ich springe! Du bekommst Schaden? Du bekommst Schaden? Oh! Ich fang die, also die Vanilla-Design-Contest waren sehr, sehr angenehm und haben sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir machen es einfach so direkt durch! Ja! Da ist es! Da ist es! Das ist Date-Agent-Simulator. Okay, dafür, je mehr wir gewinnen... Gronkh ist auch so ein Simulator-Lover, oder? Der spielt die ganze Zeit so Live-Sims. Gronkh ist so Multimillionär, hat das geilste Leben der Welt, kann den ganzen Tag Videospiele spielen. Tausend Leute sind dabei, aber er spielt die ganze Zeit irgendwelche Spiele, wo Leben simuliert wird, was beschissener ist als seins. Ich check's nicht! Wie gemein von dir. Naja, du kennst die Regeln. Wer nicht fühlt muss... Wer nicht fühlt muss lernen. Gigi. Wie kann ich neu kalibrieren? Ich muss mal neu kalibrieren. Er ist falsch rum! Das ist ein Ton, wo ich Gänse-Out krieg. Hab ich jetzt schon. Was war das? Und ich brauch immer noch so'n scheiß Fläschchen. Ja... Hier ist ne Spinne! Bei dir in echt oder im Spiel? Nein, im Spiel! Die steht jetzt vor meinem Schrank! Nicht kenne, dass HDGTL Hab dich gedrisst, du Loser heißt! Ich... Was? Ich dachte immer, das heißt, hab dich ganz doll... ...lieb. Ich... ...muss mich aber eben kurz bei einigen Leuten entschuldigen. Ja, guten Tag. Ähm, Babsi? Ja? Weißt du noch, als ich HDGTL zu dir gesagt hab, ich hab's nicht so gemeint? Ähm, ja, das will ich auch hoffen. Es tut mir so leid. Ich verzeih dir nochmal, aber... Ja. Ich... Ich hab schon meine Gefühle verletzt. Es tut mir so leid. Ich dachte, das heißt was anderes. Dann... Ich bin auch offen für einen spontanen Vorschlag. Ansonsten... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hab ich mich erschrocken von Nicolas Cage. Fucking Mordure Assistant. Ach du Scheiße! Das war ein richtig schlimmer Erschrecker, ey. Ein Chips Adventskalender! Hä? Voll vergessen! Hehehe! Nummer 4! Yay! Ich wollte Chips haben! Hallo? Wollen Sie mich verhaften wegen sexy? Oh nein. Hallo? Jetzt aber mal ernsthaft. Nie... Also mal... Jeder kennt Kronk. Ja, jeder kennt Kronk. Klar. Niemand... Also nur die krassesten Fans oder so wissen wahrscheinlich den richtigen Namen. Klar kennt man den echt. Man kennt seinen echten Namen. Jeder kennt seinen Namen. Hä? Was hab ich denn jetzt verpasst? No well! Nein! Oh Michael, schwarzer. Oh. Ja, Stefan, jetzt fliegt alles an dir. Ich hab' einen Vogel auf dem Kopf. Ich bin... Peter! Boah, hat der lange aufgeladen! Hahaha! Ah! Oh fuck! Autsch! Entschuldigung! Ah! LED-Licht ist so geil. Das hat der Staubsauger hier auch. Akku-Staubsauger mit Licht unten. Und du kannst genau sehen, wo der Dreck ist. Du fährst rum. Rumm! Oh, das fetzt richtig. Das fetzt. Oh mein Gott, ich bin ein Bube. Ja, ja, ich hab' das... Wir sind gut, wir sind gut. Der rote Penant für den Peraton. Komm, Bruder, Bruder, Bruder! Nein! Nein, Schöpf, ich will da! Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Geh, Bruder! Geh, bitte, bitte! Geh, geht! Geh! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Ja, ja. Ich muss doch kurz eine Toilette suchen. Ich hab' so an ihm. Richman! Wo ist er hin? Richman! Er muss nach oben sein. Ich geh' nach oben. Das kann halt nicht wahr sein. Hat dir der Teak geschmeckt? Ich hab' die falsche Taste schon gedrückt. Oh. Also gut gemacht. Find' ich nice. Wusstest du eigentlich, dass du ohne den Sattel gar nicht fliegen kannst? Hab' ein bisschen Hardware hier, falls du Hilfe brauchst. Hardware ist, glaub' ich, gar nicht das Problem. Also bei mir ist die Hardware gar nicht das Problem. Oh. Oh, vielen, vielen lieben Dank, Wolfi. Danke schön. Auch unten. Äh, danke, danke, danke für Sex. Ach, Mann, ey. Ich kann, ich kann, ich kann die Musterung nicht abbrechen. Ich kann also gar nicht das machen, was ich machen soll. Cool. Lass uns auf eine andere Autobahn. Lass uns mehr und... Lass uns länger mit dem Mikro, denn... Nicht mehr so... Das ist kein Clip von mir, Steady. Warum schickst du mir einen Clip von Jen? Moment mal, hast du gedacht, dass ich... Hast du gedacht, dass ich das bin? Ähm. Ja? Ähm. Da schwebt der Zug. Hast du das auch gesehen? Ja. Eine Stunde, 42. Neuntoppelheim, fühlst du das? Bro, hab ich das Ding da drauf? Ich weiß gar nicht. Ja, Bruder, hab ich. Hääääh. Hääääh. Kommentar dazu? Ey, ich schwöre, ich hatte einen Lack. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich bin nicht bereit dafür. Leute, ich bin nicht bereit dafür. Ich bin absolut nicht bereit dafür. Mauer, 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 bau ne Mauer, bau ne Mauer. Sei, sei Trump. Oh Gott. Wer solche Kuhlatschen trägt, ist auch erfrisch gesteckt. Ich bin stolze Kuh-Hai-Schuh-Trägerin und ich möchte mir sowas nicht als Argumente entgegengebracht werden tun sollen, können. So wie, äh, ich nicht. Sägen kann sie, ja, finde ich ja auch. Sägen ist auf jeden Fall am Start. Ja. Das ist, äh, ich hab, als nebenberuflich bin ich Nervensäge. Mhm. Ja. Dann hat man das. Kann ich confirm auf jeden Fall. Hähähäh. Ähä. Nein, ich hab die Waffe weggeschossen. Ach, nö. Jetzt ist alles dabei. Ja. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Unbelievable. Wir sind bei 422 Kumpels. Ja. 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 Jetzt alle Apfel pütteln. Apfel pütteln. Und rein in den Korn. Rein in den Korn. Und ab in den Baum. Ab in den Baum. Und rein in den Korn. Und jetzt nimmt das rein als Autor. Genau, ihr habt sie gehört. Nehmen sie mal rein hier. Geht ja gar nicht.